So, Tag 3 meiner Tour nach München. Es geht heute von Neuenkegenförden bis nach Böhr. Und meine Vermieterin gerade von der Pension, die hat mich schon vorgewarnt, das wird bergig. Komoot sagt mir auch, schwere Etappe. Ja, ich bin viel zu spät dran, weil ich noch alles, ich habe jetzt endlich geschafft, die Dateien vom Handy auf den Laptop runterzuladen. Unmengen an Gigabyte. Und da war das Internet so geil. Ja, deswegen, jetzt schon fast 12 Uhr. Ich muss mich spuren und mich ranhalten. Wetter geht, bewölkt. Ich denke mal, so ein bisschen Regen wird unterwegs. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass es hier und da mal ein bisschen regnet. Ja, schauen wir mal. Die Dame gerade, die Vermieterin meinte, ich hätte auch über Köln fahren können. Köln am Rhein. Ja, sicherlich eine schöne Strecke. Aber da komme ich ja völlig, wenn ich nach München will. Da muss ich ja Richtung Westen fahren. Ja, sagt sie, dann würden sie aber die Berge vermeiden. Ich sage, egal, ich fahre so wie Komoot, mein Navi mir das zeigt. Da habe ich jetzt keine Zeit zu, noch alles umzudisponieren. Ihr Lieben, ich meld mich. Tschüss. Attacke.